So, Leute, mal gucken, wie lange wir hier überleben. Hab gerade eben was getrunken, hat ja noch etwas im Inventar. Und so wie es aussieht, können wir dann direkt wieder mit dem reden. Sonst hätten wir halt nach oben zum Brunnen laufen müssen. Okay, dann laufen wir dann mal einfach hinterher. Ah, lauft doch. Können wir den umbringen? Nein. Und die halten dann länger, oder wie? Also es klingt alles irgendwie sehr kompliziert. Alten Metall, okay. Was zum Teufel soll das denn sein? Oh. Na, dann werden wir erstmal mit dem reden. Denke mal, dass wir hier alles nehmen dürfen, oder? Ne, wir müssen auf Sammeltour gehen? Sammle die Teile, die wir brauchen dafür. Im Moment. Erstmal hier alles einsammeln. Da vorne das mal kaputt machen? Ne. Dafür brauchen wir eine andere Waffe. So. Was sollten wir bauen? Moment. Das hier. Und wie ging das nochmal? Verdammt. Hätte ich mal besser aufgepasst. Zusammenfügen. Damit. Genau. Ah, jetzt haben wir doch eine, ne? So wie es aussieht. Ausrüsten. Okay. Sollen wir dem jetzt hinterherlaufen? Glaube ja. Ja. Ah, okay. Wir müssen also Hütten bauen oder aufräumen. Ja, und wir brauchen Muni. Säubere die Hütte. Okay. War das diese hier? Moment. Ach nein, oben. Ich werde die neue Waffe hier mal ausprobieren, aber würde irgendwie doch lieber bei der Mahete bleiben. Oh, oh, oh. Die sind alle tot. Wow. Das geht ja einfach. Oh. Wie lebt man denn hier nach? Ich glaube, das macht er von selbst. Von alleine. Hey, Survivor! No time to take a stroll! Okay. Also bis jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut. Also hatte irgendwie weniger erwartet, aber es hat ja irgendwie kaum für Aufmerksamkeit gesorgt auf den Konsolen. Warum auch immer. Könnte auch daran liegen, dass es nur einen lokalen Koop-Modi hat. Und dass man dann doch lieber gemeinsam auf Zombie-Jagd geht. Oh, was haben wir denn hier wieder? Ausruhen. Okay. Genau, Essen, Trinken und so weiter. Oh, ja. Ja. Okay. Okay. The more you are tired, the more your stamina decreases You must sleep to replenish your vitality But you cannot sleep anywhere It's too dangerous You must find a safe place where you can rest easy There are many secure shacks, you can sleep in safely But they will need to be cleaned up, you can rest Sozusagen Okay, dann machen wir die Hütte mal auf hier, ne? Oh, verdammt, der muss nachladen So hat der nachgeladen, ja Oh, die kommen ja von überall Aber irgendwie gefällt mir die Waffe doch besser als erwartet Also es ist doch sehr einfach hier mit dem Anvisieren Gefällt mir doch sehr, sehr gut Hatte irgendwie viel weniger von der Waffe erwartet Sind alle tot? Nein Jetzt aber, oder? Oder müssen wir das hier ausmachen? Oh, Moment, Moment, Moment Ach, da kommt noch einer Na, dann eben so Ja, wie man sehen kann, sind hier extrem viele draufgegangen Moment Erstmal die ganzen Sachen hier aufsammeln Gut, das können wir ja auch zumachen Ah, okay Na, jetzt ist es dunkel Ist ein bisschen blöd Äh, nochmal Ah, ich wollte da nochmal ins Bett gehen Verdammt, jetzt ist es dunkel Toll So, guck mal kurz auf die Karte Wir müssen wieder zurückgehen Und ich werde erstmal hier meine Lampe wieder aufladen So Ach, Moment, ich habe doch hier diesen Soldatenhelm Den können wir doch, genau, verwenden Haben wir noch einen Punkt Nein Soldatenhelm Okay Aber normalerweise müssten wir die Dinge Für die wir keine Verwendung haben Doch irgendwie Kaputt machen können Also auseinandernehmen können Mal gucken, was er jetzt von uns will Ah, das hätten wir Ja, wie? Du musst die Waffe jetzt wieder abgeben Wie können wir die Waffe abgeben? Danke Moment, wo ist meine Machete? Die wird jetzt erstmal wieder ausgerüstet Können wir nochmal mit dem reden? Die Affen Seien nett zu ihnen Hier gibt es Affen Okay Aber wir müssen zu denen zurückkehren Also müssen wir wieder auf die andere Insel Moment Ich würde aber ganz gerne erstmal oben zu den Affen gehen Und mir Eine Waffe bauen Genau Können wir das kaputt machen? Nein Ach, hier oben Ach nee, das ist eine neue Aufgabe? Hörner Island Hörner Island Blablabla Nein, wir gehen jetzt zu den Affen Oder? Wo wäre das auf der Karte? Ach, das wäre da Na, wir gehen trotzdem zu den Affen Und der Typ hat ja doch gesagt Wir können die Müllcontainer auseinandernehmen Aber wo sind die? Moment Wird das hier irgendwo auf der Karte angezeigt? Unten sind auch noch Affen? Moment Ich kann doch hier das Lagerfeuer anmachen Genau Wir haben aber gar nichts zum Kochen da Mal ganz kurz nachgucken Ob wir hiervon zwei Helme Verwerten könnten Nein Können wir nur wegwerfen Was können wir denn damit machen? Helme Knochen, okay Dann wählen wir das mal aus So, was haben wir denn hier noch? Die ist leer Den Bogen haben wir noch Zusammenfügen Ich glaube, das war die Angel Das können wir hier mitmachen Das habe ich denn jetzt gemacht Das können wir hier mitmachen Damit kombinieren Wo ist denn das jetzt hin? Ach, das ist hier Genau Ich glaube, das war für die Das war für die Angel Genau Wir müssen mal langsam wieder etwas trinken So, das hätten wir auch Und müssen etwas zu essen suchen Dann können wir hier hochgehen Dann geht es hier entlang Was haben wir denn hier? Hier können wir irgendetwas auffüllen Moment Ah, sehr gut Nochmal auffüllen Und hier ist dann noch Ende im Gelände, oder? Ne, wir können hier hoch Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist noch ein Lagerfeuer Einfach alles erstmal hier aufsammeln Und dann gehen wir rüber zu den Affen Ach, hier oben lag der Bauplan Genau Ach, hier ist sein Wohnmobil Gibt es hier noch irgendwas zum Aufsammeln? Nein Also wir können jetzt normalerweise die Waffe bauen Moment Das haben wir ja gerade aufgesammelt Zusammenfügen Hier mit Und Hier mit Und damit So, wo war die denn hier unten? Ach, da wird die gar nicht angezeigt Das heißt Ja, sieht ganz nett aus, oder? Ich werde aber jetzt erstmal mit der Fackel hier rumlaufen Ach, da unten sind die Affen Da Da ist sogar ein Papagei Oben auf der linken Seite Können wir hier runter? Nein Mal gucken Wie kommen wir denn da hin? Einmal da rumgehen Können wir hier runter? Nee Ja, ist aber ein langer Weg hier So, und hier oben müssen ja noch Gegner sein No Ach, verdammt Die Fackel ist ja eh jetzt jeden Moment aufgebraucht Ich hätte die lieber nochmal auffüllen sollen Oben am Lagerfeuer Oh Na, das sind so einige Hat dann ganz gut geklappt Kann man das hier auch sammeln? Ja Na, mal gucken, was diese Waffe hier Diese selbstgebaute Waffe hier drauf hat Ja, die leben immer noch Okay Ist ja klar, dass der Typ seine eigene Waffe zurückgenommen hat Wo die alle mit einer Kugel draufgegangen sind Level up So Moment Was könnten wir hier upgraden? Ja, dann wird das hier upgradet Und mal ganz kurz auf die Karte gucken Da sind die Affen da vorne Können wir noch trinken und so weiter? Nachfüllen Nein! Ey! Komm zurück Hat keinen Bock drauf zu gehen Was ist denn das hier? Die Zombies hat man da auch sofort getroffen Wo ist das hin? Hä? Einfach weg, oder wie? Ich muss jetzt erstmal ganz kurz mein Leben hier auffüllen Das müsste doch hiermit... Ja, funktionieren Sehr gut Ach, von einem Tier umgebracht Ach, von einem Tier umgebracht So Erstmal wieder zum Aheta wechseln Damit wir das hier kaputt machen können Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte Genau Ja, das mit dem Trinken Das wissen wir ja bereits So Das hier noch aufsammeln Können wir noch was trinken? Ach, da ist ja gar nichts mehr drin Äh, Moment Das war hier oben Ach nee, stimmt Ich muss das ja erstmal anmachen Haben wir irgendwas zum Anmachen? Nein Also, wie es aussieht Hä, das können wir damit zusammenfügen oder damit? Moment Zusammenfügen? Da oben? Ja, und die ist dann wieder leer Das hat ja jetzt irgendwie überhaupt nichts gebracht Also nehmen wir Diese Waffe wieder hier Und gehen mal zu den Affen hin Die waren... Oh, hier Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal '